So, hier sind wir jetzt im Hauptrestaurant des Westin Hotels in Dubai. Hier sind jetzt, hier ist erstmal das Dessert Buffet. Also es ist ganz, ganz, ganz viel Auswahl ist hier. Dann hier also Fleisch, Fisch ist alles wirklich da. Jede Menge frische Zutaten, jede Menge frisches Gemüse, frisches Obst. Hier ist eine Pastastation, wo frische Pasta hergestellt wird und gemacht wird. Dann ist hier eine total große Käseauswahl mit vielen verschiedenen Käsesorten, verschiedenen Salaten auch dann. Hier drüben geht es dann weiter mit warmen Speisen wieder. Drüben ist dann auch nochmal eine asiatische Ecke. Das ist jetzt hier das Hauptrestaurant in Buffetform. Hier kann man Mittagessen, Abendessen und Frühstück zu sich nehmen. Und dann hat man aber auch noch die Möglichkeit, entweder im Steakhaus, beim Chinesen, beim Italiener oder beim Thailänder hier zu essen. Wobei selbst hier im Hauptrestaurant ist eine thailändische Ecke mit eingerichtet oder chinesische Ecke mit eingerichtet. Wo es hier verschiedene, wo es hier auch gibt und hier auch zubereitet sind. Also super, super letter. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Dubai und der Info-Reise, die wir jetzt gemacht haben, einfach auf Reisebüro Feller auf Gefällt mir drücken. Und dann könnt ihr die ganzen Videos, die wir jetzt hier gemacht haben, anschauen. Und bei Fragen könnt ihr euch auch unter info-at-feller.de bei uns melden. Und bei uns melden.